Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Card Review News, heute mit einem großen Update rund um das Thema BYD, die Ziele in Europa, aber auch Probleme bei der Qualität der Batterien. Schauen wir uns alles mal im Detail an, wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, denn 88% der Zuschauer hier haben noch gar nicht abonniert und ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr wieder hierher kommt und auch ein Abo da lasst. Also, freue mich auf deine Unterstützung. Wir starten rein mit dem Thema, ich will in Europa unter die Top 5 kommen. Das ist die Aussage von Brian Young und zwar dem BYD-Vize-Europa-Chef und das ist hier ein Artikel von Elektroauto News, da kannst du diesen Artikel auch nachlesen und es soll ein Das Fenster, um erfolgreich zu sein, ist noch zwei Jahre offen. Das ist eigentlich die wichtige Aussage hier. Man geht ja mit anderen Worten davon aus, dass die Autobauer, die hier unterwegs sind in Europa, noch eine Schwächephase von zwei Jahren haben werden. Das wäre dann 2025, wo ja dann auch noch preiswertere Autos kommen sollen, wie der ID.2 zum Beispiel. Also man sieht genau dieses Fenster jetzt als eine Möglichkeit, in Europa Fuß zu fassen. Auf der anderen Seite hat aber der BYD-Han in China, wie man hier vorne sehen kann, wirklich nicht gerade die höchste Qualität, wenn es um das Batteriepaket geht. Und es geht nicht um die Zellen selber, es geht einfach um die Hülle. Schaut euch das mal an. Das sind natürlich Standards, die nicht sein können. Hier haben wir einmal ein Tesla Model 3. Du siehst einfach, es ist massiv. Es wird hier wirklich alles geschützt, auch bei Unfällen. Und natürlich kann Tesla dieses jetzt in diesem Moment sich noch leisten. Wenn es aber zu günstigeren Autos geht, versucht ja BYD hier wirklich mit absolut perfekten Preisen auf den Markt zu kommen. Die Frage ist nur, wo sparen sie das Geld ein? Man könnte so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das tatsächlich bei der Qualität der Schutzhülle passiert. Denn das ist natürlich billiger. Außerdem kann man auch nicht die Batterie austauschen oder die Zellen austauschen in dem BYD. Und es ist so, dass das bei dem Tesla Model 3 möglich wäre. Also diese Schutzhülle, das ist natürlich extrem wichtig für die Sicherheit, wenn Unfälle passieren. Und da darf natürlich auch bei den günstigen Preisen nicht dran gespart werden. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum die Preise zwischen China und dann Europa so ansteigen. Weil wahrscheinlich BYD ganz andere Vorgaben in Europa hat, ganz andere Standards einhalten muss. Und somit bekommt der China-Kunde ein anderes Auto als der europäische Kunde. Das mag ich natürlich zu hoffen, denn solch eine Hülle würde ich ungern in meinem BYD-Auto hier in Deutschland haben. Lass aber gerne mal deine Meinung dazu da. Vielleicht kommst du ja auch aus dem Kfz-Bereich, vielleicht bist du aus der Autoindustrie und kannst ja hier mal dein Feedback geben. Also auch hier wird geschrieben, die technischen Vorgaben in Europa sind um einiges höher. Deswegen auch die Preise für den BYD im Vergleich zu China. Das ist natürlich vielleicht auch eine offizielle Entschuldigung, dass man noch ein bisschen mehr Geld machen kann mit dem Kunden. Wir hatten ja schon über die Unterschiede zwischen dem ID.3 in China und in Deutschland gesprochen. Trotzdem geht man aber davon aus, dass wenn man zukünftig dann entsprechend mit kleineren Modellen und preiswerteren Modellen hier in Europa auf den Markt kommt, dass eine brutale Preisschlaft droht. Und das ist ja auch etwas, was wir bereits seit Anfang des Jahres sehen, auch wenn das immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und bei weitem noch nicht in die Richtung gekommen ist, wo der Kunde wirklich dadurch sagt, okay, ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall ein Elektroauto. Ja, worauf konzentriert sich denn BYD? Die BYD hat ja die Ziele in Europa nicht nur vielleicht sogar eine Fabrik zu bauen, sondern neue Kunden zu gewinnen. Und das können sie, weil sie sehr, sehr lange schon in die Forschung investiert haben und zwar in die Motorsteuerung inklusive Software, die E-Maschinen und natürlich auch die Batterie. Das ist etwas, woran ja auch Tesla arbeitet, eigene Batterieproduktion, da sind sie jetzt noch nicht so weit wie BYD vom Volumen her, aber das ist auch das Ziel. Und somit hat man die ganze Lieferkette unter einer Kontrolle und das soll natürlich dann auch für eine geplante Fabrik in Europa und allgemein bei der Strategie, die man im Ausland hat, ein Wettbewerbsvorteil sein. Jetzt müssen wir natürlich bei allen Zielen, die BYD in Europa hat, auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, denn man vergisst immer bei den Verkaufszahlen, dass BYD hauptsächlich die Fahrzeuge in China verkauft. Der europäische Markt, aber auch der andere Markt im Ausland ist noch gar nicht so groß. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, außerhalb Chinas waren es im letzten Jahr nur im Verhältnis zu den 1,25 Millionen Fahrzeugen nur 74.000 Autos. Das heißt, da ist noch gar nicht richtig viel passiert. 74.000 Autos, das produziert im Vergleich jetzt mal Tesla in einem Monat nur in China. Und das zeigt einfach, dass BYD natürlich noch viel Wachstumspotenzial hat, aber auf der anderen Seite natürlich die Frage da ist, wie in dem Video am Anfang gezeigt, kann BYD die Qualität und die Sicherheit bei allen Komponenten gewährleisten und trotzdem einen sehr guten Preis anbieten? Denn irgendwo müssen sie ja etwas kostensparender in der Produktion machen, irgendwo müssen sie sich ja ihren Vorteil erarbeiten, dass Kunden in Deutschland oder Europa sagen, okay, ich bekomme hier Top-Qualität aus China, ich bekomme Top-Inhalte, wie gestern im Video auch beschrieben von den Lieferanten aus der Autoindustrie wie Bosch und so weiter. Ich bekomme also hohe Qualität, aber zu einem günstigeren Preis als zum Beispiel VW. Und das ist nämlich das, womit BYD nur Erfolg haben kann, genauso wie Tesla zum Beispiel mit dem Model Y in Deutschland. Dann schauen wir uns aber mal das nächste Thema an, was ja auch viele immer richtigerweise sagen und das sind natürlich die Service-Punkte. Es sagt, meine Experten sagen, 100 Händler sind in Deutschland nötig, damit man überhaupt adäquat Fuß fassen kann. Und es sind zur Zeit nur 13 Händler. Man geht hier aber noch einen anderen Weg als Tesla. Man arbeitet wirklich mit Händlern zusammen, also nicht nur den direkten Verkauf mit dem Kunden und dann wird das Auto ausgeliefert wie bei Tesla. Aber man merkt die Mühlen der Bürokratie hierzulande, denn ein Autohaus in China wird in drei Monaten gebaut und hier liegt man bei Neubauten bei sechs Monaten. In Deutschland braucht die Renovierung neun bis zwölf Monate und der Neubau laut BYD zwei Jahre. Also da sieht bei BYD einfach mal, was die Mühlen der Bürokratie in Deutschland sind. Jetzt könnte man sagen, für deutsche Autobauer jetzt erst mal zum Vorteil. Wenn ein Konkurrent auf den Markt kommt, freut man sich natürlich darüber, dass alles etwas langsamer geht. Aber grundsätzlich wissen wir ja alle, dass das für die Innovation, auch in Bezug auf Tesla und Grünheide, haben wir das ja auch schon gesehen, die ganzen Formalitäten, die Dinge, die beachtet werden müssen, die Anhörungen. Das ist natürlich auch alles richtig, aber es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Vor allem, wenn es dann um eine Fabrik geht, ist es verständlich. Bei einem Autohaus könnte man dann darüber diskutieren, ob es wirklich nötig ist, hier bis zu zwei Jahre dafür zu brauchen, wenn es um die Genehmigungen geht. Bei einer Fabrik müssen Sicherheiten eingehalten werden, da müssen Wasserthematiken und viele andere Sachen geklärt werden. Da ist das noch verständlich. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Und das Wichtigste ist, du kannst mal deine Meinung dazu lassen. Lass mal deine Meinung da und sag mir, was denkst du zu BYD? Würdest du überhaupt ein chinesischen Autobauer oder ein Auto von einem chinesischen Autobauer kaufen? Was denkst du über das Video? Ich freue mich über dein Feedback und hoffe, dich morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Und wenn du nichts verpassen möchtest, lass mir, wie gesagt, gerne ein Abo da. Also bis dann und tschüss.